Im Oktober hat die US-Börsenaufsicht SEC einen weiteren Bitcoin-ETF-Antrag von Bitwise zurückgewiesen, aber dieser Antrag soll nochmal eine zweite Chance bekommen, also bis zum 18. Dezember möchte man nochmal alle Meinungen und Daten zusammentragen und dann nochmal neu entscheiden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß sind die Chancen, dass wir in den nächsten Monaten tatsächlich einen Bitcoin-ETF am Markt sehen und vor allem, was sind die Vor- und Nachteile eines Bitcoin-ETFs und kann ein solcher Bitcoin-ETF den Bitcoin-Preis vielleicht stützen oder sogar den Bitcoin retten? Genau das schauen wir uns jetzt im aktuellen Video gleich näher an. Herzlich Willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier, bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, bislang hat es noch kein Bitcoin-ETF-Antrag über die Hürden der US-Börsenaufsicht geschafft. Eine kurze Erklärung nochmal, also Bitcoin-ETF heißt ja Bitcoin Exchange Traded Fund und das bedeutet, wir haben es hier mit einer Art börsennotierter Fonds zu tun, der direkt in den Bitcoin investiert und das heißt, der Otto Normalverbraucher kann so einfach und relativ schnell in den Bitcoin investieren, ohne sich mit softwaretechnischen Dingen auseinandersetzen zu müssen. Also man investiert im Endeffekt in Papier-Bitcoin sozusagen und darum geht es. Das Ganze soll also einfacher für den normalen Privatanleger werden. Aber die US-Börsenaufsicht SEC wehrt sich bislang mit Händen und Füßen gegen eine solche zulassen und jetzt ist natürlich die Frage nach dem Warum. Meiner Meinung nach gibt es hier zwei, drei Gründe, die momentan den Bitcoin-ETF noch zurückhalten und zwar erstens Intransparenz. Also es ist nicht ganz klar, die Preisfestsetzung an den Börsen. Es gibt sehr viel Wash-Trading, Frontrunning und so weiter. Einige Kryptobörsen melden sozusagen Fake-Volumen, also man weiß nicht genau, was ist jetzt echtes Volumen und was ist tatsächlich wirkliches Anlegerinteresse und dann, wie gesagt, haben wir es mit Frontrunning zu tun, Trading-Bots und so weiter. Also mit Preis-Manipulation und das möchte die SEC natürlich auch möglichst unterbinden und nicht haben und zudem ist der Markt relativ schwierig zu überwachen, denn der Bitcoin wird ja inzwischen an über 400 Kryptobörsen gehandelt und ist aufgrund seines natürlichen Aufbaus relativ schwer zu überwachen, denn wir haben es hier mit einer dezentralen Währung zu tun, die natürlich Peer-to-Peer versendet werden kann. Also jeder kann das hin und her schicken und kann das im Prinzip auf seiner Plattform dann irgendwo handeln. Aber die SEC möchte das Ganze aber reguliert sehen, also einen Markt haben, der von der Charakteristik her einem Aktienmarkt gleicht, also dass man hier Strafen verhängen kann bei Verstößen und so weiter und das ist eben beim Bitcoin-Handel relativ schwierig aufgrund dieses Aufbaus, das der Bitcoin einfach hat und deswegen haben wir meiner Meinung nach noch keinen Bitcoin-ETF. Noch kurz eine Ergänzung dazu, es gibt natürlich diesen Bitcoin-ETF-Lite von VanEck. VanEck hat ja seinen Bitcoin-ETF-Antrag zunächst im September zurückgezogen, aber testet hier eine Lite-Version sozusagen mit institutionellen Anlegern, also mit ausgesuchten Anlegern, die das Ganze testen können. Außerdem gibt es da noch diese Bitcoin-Exchange-Traded-Nodes, das sind eine Art Schuldverschreibungen mit etwas größerem Risiko. Also das ist kein ETF, diese Sachen, die da teilweise aus Schweden kommen und das muss man in diesem Zusammenhang wissen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind die Vorteile eines Bitcoin-ETFs und was sind die Gefahren? Also die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Wenn ein solcher Bitcoin-ETF an den Start geht, fließt natürlich höchstwahrscheinlich mehr Geld in den Bitcoin-Markt hinein. Also da gibt es Schätzungen von Fundstra zum Beispiel, die davon ausgehen, man hat das in der Vergangenheit beobachtet, dass Top 10 bis Top 20 Starts von ETF dann sehr viel Geld, also bis zu eine Milliarde Dollar in das jeweilige Produkt, in dem Fall in den Bitcoin hineinfließen würden, wenn dieser Bitcoin-ETF einigermaßen erfolgreich wäre. Und das bedeutet etwa 20 Millionen Dollar pro Woche an Nachfrage. Und das ist eine gewaltige Menge, denn wir haben ja das Bitcoin-Halfing-Event im Mai 2020. Dort sinkt ja dann diese Belohnung für die Miner von 12,5 auf 6,2 Bitcoins pro Block. Und das bedeutet umgerechnet, dass etwa fast die gesamte Produktion der Miner dann von diesem Bitcoin-ETF, von dieser Nachfrage dann aufgesogen werden würde. Und das wäre natürlich ein gewaltiger Push. Und bei Fundstraat geht man davon aus, wenn tatsächlich so ein Bitcoin-ETF kommen würde, dass das einen massiven Kursaufschwung beim Bitcoin zur Folge haben würde. Aber es gibt natürlich nicht nur Vorteile, das Ganze hat auch Gefahren und das muss man auch ganz klar benennen. Denn ist es natürlich so, wenn jeder jetzt in so einen Bitcoin-ETF investiert, dann gibt er natürlich auch die privaten Schlüssel ab und damit auch Privilegien, die mit dem Bitcoin-Besitz verbunden sind. Also jeder, der Bitcoin in einer Hardware-Wallet oder im Bitcoin-Core speichert, hat ja Zugriff auf seinen Bitcoin, auf die privaten Schlüssel und damit gewisse Privilegien, wie zum Beispiel kann jemand dann über Hardforks verfügen, also diese Netzwerkssplits, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, Bitcoin Cash zum Beispiel, über diese Coins kann derjenige dann verfügen. Außerdem hat er ja eine Art Stimmrechte, auch wenn es um Software-Updates wie zum Beispiel Segregated Witness geht, also Segwit, ob das Ganze jetzt aktiviert wird, ob das Ganze eingesetzt wird und so weiter, das kann dieser Verwalter dann entscheiden und natürlich hat er dann auch irgendwo Einfluss auf die Gebührenhöhe, die er dann natürlich festlegen kann, wenn er große Bitcoin-Transaktionen dann abwickelt und dadurch ist das natürlich eine Gefahr, eine gewisse Machtkonzentration dann bei diesem Bitcoin-ETF-Verwalter und das muss man ganz klar als Gefahr bezeichnen. Weil wir gerade beim Thema Gefahren sind, also diese Betriebe im Kryptomarkt lassen sich ja immer was Neues einfallen, werden immer raffinierter, darum warnen wir in unserem Krypto-Report jede Woche vor den aktuellen Scams und Betrugsfällen und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, wenn ihr in diesem Bereich auf dem Laufenden bleiben wollt, dann meldet euch einfach kostenlos unter krypto-report.de an und dann seid ihr jeden Samstag mit dabei, wenn unser Krypto-Report erscheint und im Krypto-Report analysieren wir natürlich jede Woche die fundamentale und technische Situation beim Bitcoin. Kommen wir kurz nochmal zurück zu unserem Hauptthema, jetzt ist natürlich auch irgendwo die Frage, brauchen wir unbedingt so einen Bitcoin-ETF? Meiner Meinung nach ist die Antwort nein, ich glaube, dass sich der Bitcoin und das Netzwerk auch ohne einen Bitcoin-ETF positiv entwickeln wird. Natürlich hätte ein Bitcoin-ETF positive Einflüsse oder einen Preis steigernde Wirkung, sage ich jetzt einmal, aber ich denke, dass das Netzwerk sich auch ohne einen Bitcoin-ETF positiv entwickeln wird. Ich glaube, dass wir auf der Regulierungsseite mehr Klarheit brauchen, dass das einen besseren Effekt hätte, wie zum Beispiel dieses neue Geldwäsche gesetzt. Das ist eine Umsetzung einer EU-Rechtlinie. In Deutschland dürfen ja die deutschen Banken ab 2020 ihren Kunden Kryptowährungen wie Bitcoin verkaufen und auch verwahren und das ist meiner Meinung nach eine sehr positive Entwicklung. Ich gehe dann davon aus, dass führende Online-Banken wie jetzt kommen sowas, kommen direkt und so weiter im nächsten Jahr damit beginnen werden, ihren Kunden sowas anzubieten, also Kryptowährungen und Bitcoin. Und ich denke, dass das einen besseren Effekt hat als jetzt ein Bitcoin-ETF. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie groß stehen die Chancen, dass wir im nächsten Jahr, im Jahr 2020, tatsächlich einen Bitcoin-ETF sehen werden. Meiner Meinung nach stehen die Chancen eher bei 50-50. Ich gehe aber langfristig, also auf Sicht von zwei, drei Jahren davon aus, dass wir auf jeden Fall einen Bitcoin-ETF sehen werden, ob das jetzt in den USA ist oder in Europa sei dahingestellt. Aber ich denke, dass wir über kurz oder lang auf jeden Fall einen solchen Bitcoin-ETF sehen werden. Wie bereits gesagt, auf den Preis dürfte sich das Ganze positiv auswirken. Allerdings darf man die Gefahren auch nicht verschweigen und unterschätzen. Diese Machtkonzentration, wenn einfach viele in einen Bitcoin-ETF investieren und einfach nicht mehr sozusagen in echte Bitcoins, wo man einfach die privaten Schlüssel dann hält, investieren, sondern alles über Papier-Bitcoin läuft. Das hat natürlich irgendwo Gefahren durch diese Machtkonzentration. Und für das Ökosystem wäre ein Bitcoin-ETF eher nicht so gut, würde ich sagen. Das hätte eher negative Auswirkungen und daher bleibt das ein zweischneidiges Schwert. Das muss man hier ganz klar auch sagen. Dann hätte mich aber eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr einen Bitcoin-ETF? Ist das eher positiv für den Markt oder seht ihr das eher negativ? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das Göttchen drückt, dann werdet ihr wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.